Drei Kerzen am Adventgranz brennen. Am kommenden Sonntag wird die vierte Kerze angezündet und soll uns sagen, es ist nicht mehr weit zum Heiligen Abend, wo wir das große Fest feiern. Jesus ist geboren, unser Retter, unser Erlöser. Für uns ein besonderes Fest für die ganze Christenheit. Und heuer wohl wahrscheinlich ein ganz besonderes Fest durch die Pandemie, durch die Sorgen, die viele bewegen und trotzdem ein ganz hoffnungsvolles Fest. Fürchtet euch nicht, Gott ist bei euch. Das wollen wir hier in Bayern feiern. Zum einen in der Kirche bei der Christmette in der Nacht um 22 Uhr. Für die Familien um 16 Uhr. Im Kuhpark im Freien mit einer lebendigen Krippe. Und im Online-Gottesdienst, zu dem ich euch ganz herzlich entladen möchte. Auch am 24. Dezember am Heiligen Abend um 16 Uhr. Wenn ihr dabei seid, über YouTube oder Facebook, herzlich willkommen, um gemeinsam mit uns in Bayern das Fest unseres Erlöses, die Geburt Jesu zu feiern. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.